Dafür sorgt, dass wir diese Korrektierung hier in dieser Form durchführen können. Da wird es drüber auf der anderen Seite bei den Seehunden immer so ein bisschen mit der Biologie... Bist du in der Zappelstrippe? Hier, zue ich ab. Ja, zu kurz kommen darf aber, wie gesagt, überhaupt nicht dieser bisschen körperlich relativ leichter zu trennen, bis die Komplexe aus dem Parkett hier kommt. Jawohl! So ein kleiner Rückwärtssalto, da werden wir häufig gefragt, ob...